Riesenauswahl, Tiefpreisgarantie. Hey Jim, John, du hast echt ne Stimme wie ne Fosse, Mann, der Jimmy wird geäxt, doch wenn ich danach erstmal kotzen kann, boxe dich entlang, ey, deiner wunderschönen Straßen und wie man sieht, ist bei dir mit den Hungern nicht zu spaßen. Kippe um bei deinen Atem, denn du fette Zwiebel stinkst und fliegst laut durch dein Dorf nach einem direkten Hieb ans Kinn, Specki, setz dich hin, ey, ja, denn du kommst schön ins Schwitzen, haut man dir ne Nackenschelle, sieht man's wie Friteusenspritzen. Hey, du Möse bist kein bisschen, ist wert hier auf dem Putzbaum, unter 100 Plays in einer Runde, völlig underground, da rutscht ein schon die Hand aus, wenn man deine Haare sieht, hau dir so lang auf den Kopf, bis jedes Haar da gerade liegt. Du bist echt so ein Schadetyp, schade, dass du wack bist und schade, dass du solchen Schaden hast wie deine Technik, Schaden kann tatsächlich nicht, wenn du dir überlegst, dass du gegen mich nur battlen darfst, wegen deinen letzten Gegner. Ja, jetzt wird der No-Name auseinandergenommen, im Grunde bist du ja schon draußen seit der Qualifikation, geh weiter träumen von irgendeinem Sieg, das macht bei dein Talent wirklich keinen Unterschied. Kannst du mir mal erklären, warum man nix über dich findet, ey, ob YouTube oder Google, kein Klick für zu den Limmel, ey, ich punche dich zum Krippel, das stelle ich dann online, so mit 100.000 Plays, wird der Burner so wie Sonnenschein. Plötzlich merkst auch du, dass der Sieg zu weit entfernt ist und deshalb für dich nun leider, das ganze hier erzendet. Alter Facial Traffic, Shirt bist Fan und kein Rapper, man, hör auf Musik zu texten, geh sie hören, was du besser kannst. Hashtag Mann, du siehst aus wie Superman in Fett und klingst dabei wie dieser Freund von niemand, so wie Johnny Pett. Lass mal lieber Rap bei Leuten, die das wirklich richtig gut kennen, bei dir bleibt es neben Fressen, nur bei billigen Versuchen. Von Rap-Fan zu ein Musiker, doch dir fehlt die Erfahrung dicker, ich werd wegen Rhyme fetter, du wirst wegen Nahrung dicker. Für mich keine Frage, sicher bin ich ne Runde weiter, bin mir sicher, wenn du tot bist, dass die Welt kein Hunger leide. Ja, es wird ja nun ein Auseinandergenommen, im Grunde bist du ja schon draußen seit der Qualifikation. Geh weiter träumen von irgendeinen Sieg, das macht bei deinem Talent wirklich keinen Unterschied. Ja, es wird ja nun ein Auseinandergenommen, im Grunde bist du ja schon draußen seit der Qualifikation. Geh weiter träumen von irgendeinen Sieg, das macht bei deinem Talent wirklich keinen Unterschied. Riesenauswahl, Tiefpreisgarantie, devshop.com Geh 10 Geh department.